Und damit Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, im letzten Part waren wir in der Werft ganz schön aktiv. Und jetzt sind wir hier angekommen beim Piratenversteck. Ja, Fledermäuse. Ja, ich bin direkt am Anfang mal wieder ehrlich. OBS ist mal wieder im 10-Sekunden-Takt eingefroren. Habe ich einen kleinen Schreianfall bekommen und jetzt ist nochmal alles neu verkabelt. Ich weiß immer noch nicht. Liegt das an OBS? Liegt das an meiner Capture-Card? Nein, du nicht. Oder liegt das am HDMI-Kabel? Woran liegt das? An meinem PC. Ich habe das jetzt auch mal an anderen USB, ne? Da, wo man reinsteckt. Wie heißt das? Heißt das USB-Port? Keine Ahnung, nicht nur die Technik, ne? Oha. Ich habe das. Stirb. So. Ach, ein Rubin. Und eine Klaue. Cool. Ähm, ja, ich hoffe, dass es jetzt vielleicht besser ist, weil... ...langsam regt mich das schon so ein bisschen extrem doll auf. Ich habe hier schön den Part schon künstlich in die Länge gezogen und ach, war das so ehrlich, das war so herrlich. Ja, aber leider, 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 ne? Ähm... So. Zack, zack. Da fällt mir eine Sache ein, die ich mal über... Oh, ne, die machen wir später. Die machen wir später. Wir gehen jetzt erstmal rein ins Versteck und, äh, kümmern uns um... ...den Schleimchen gemessen, ja. Yeah. Das ist cool. Das ist cool. So, okay. Gut, ich würde sagen, wir begeben uns dann mal nach hier drinnen, ins Gebäude, ins Piratenversteck. So eine Art Vor-Dungeon, würde ich es mal nennen oder so ähnlich. Keine Ahnung. Es ist nicht der Dungeon, wie ich fälschlicherweise... Warum kletterst du da hoch? Sieh nur, Gebieter. In dieser Vorrichtung befindet sich kein Stein der Zeit. Jedoch besteht eine Wahrscheinlichkeit von 95%. Das ist eine ähnliche... Das ist ein ähnlicher Mechanismus, wie der in der Wüste Ranel ist. Ich schätze, dass auch diese Vorrichtung von einem Stein der Zeit angetrieben wird. Ja, das ist das nervigste daran. Ich muss fein nochmal ertragen. Ja, da ist jetzt kein Stein der Zeit oder so drinnen. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Und zwar den hier. So. Pappen wir mal den Staubsauger aus. So, ein schöner 20er, sehr schön. Och nee, ne? Ausgerechnet diese Wichse hier. Ich hasse die. Oh, mach dein... Okay, ich habe übrigens auch komplett vergessen, mein Schild auszurüsten. Yay. Aber ich würde sagen, wir rennen einfach mal an denen vorbei, weil die machen mich schon scheiße wütend. Apropos scheiße wütend. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich, Lenk. Ich hasse dich sogar sehr. So. Verreckend scheiße. Wir rüsten den Schild aus. So, kurz verschnaufen. Herz und fertig. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ich würde sagen, in diesem Part gehen wir übrigens noch nicht in den nächsten Dungeon, denn der wird zwar bald kommen, aber... Hallo, Pfei. Sieh nur, Gebieter. Ja, Pfei, ich bin nicht blind. Ich kann gucken. Dieses Objekt hier ist eine Kugel der Zeit. Anders als der Stein der Zeit kann man sie an verschiedene Orte bringen. Danke für den Hinweis, wäre ich selber draufgekommen, den ich mich hier vorgestellt hätte und aufgehoben hätte. Aber das ist immer noch Pfei, so. So, jetzt kommen wir hier nicht mehr zurück. Ja, schade. Aber wir kommen jetzt hier weiter. So, ähm... Das finde ich übrigens so ein bisschen cool. Das hat was. Das hat was. Ja, auf jeden Fall, den Dungeon werden wir dann erst wahrscheinlich im nächsten Part betreten. Oh, der ging leichter als erwartet. Wieso verwechsel ich immer, wie man den ablegt? Ich will immer B-Drücke zum ablegen. Tja, auf jeden Fall. Danke fürs Herz. So. Noch ein Herz, noch ein Herz. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich klasse. So, dann einmal hier durch, bitte. Aua. Störb. Geht doch. Geht doch. Oh, da ist eine. Okay, stören, die wir nicht rankommen, wenn wir das Teil mitnehmen. Also lasse ich das Kugelgerät mal da. Und hol erst den Hunderter. Yeah. So, ich bin jetzt übrigens zum Entschluss gekommen, dass die eine Geldbeutelerweiterung, die uns noch fehlt, höchstwahrscheinlich in so einer Kiste liegt. Und jetzt, was wir sie bald, hoffentlich, kriegen werden. So, hier können wir jetzt erstmal... Oh, Äonenblumen, sehr schön, sehr schön. So, okay. Jetzt kommen hier so tolle Sachen raus. Und noch eine Eonblume. Nehme ich natürlich gerne mit. Ich weiß nicht, brauchen wir die noch für irgendwas, oder? Oh, stimmt. Bestimmt, sonst würden die hier ja nicht mehr liegen. Gut. Jetzt... Was machen wir hier? Springen und rennen. So wie der Mario, Mann. Okay, ich hatte lang kein 2D-Mario mehr auf dem Kanal. Fällt mir grad rein. Mal gucken, welches 2D-Mario irgendwann folgen wird. Bis jetzt hatten wir ja eigentlich nur... 2D-Mario. Gut. Dann gehen wir mal hier rein. Ah ja, Hebel. Sehr schön. Sehr schön. So. Loslassen. Das ist so komisch. Also, die Kugel kann ich nicht mit B loslassen, aber wenn ich da rumhänge, kann ich es mit A loslassen. Das ist so ein bisschen verwirrend, finde ich. Das hätte man besser machen können. Und hier sind, glaube ich, Böslinge irgendwo. Stört. Oh, Schleim. Gut, komm her, Kiste. Ich sagte, komm her, Kiste. Wo soll das noch hinkommen, wenn man nicht einfach mal so eine Kiste öffnen kann? Schattenkristall. Yeah. Ist cool. Komm her, Ball. Ich würde gerne alles besiegen, was hier böser ist. Irgendwelche Böslinge hier. Böslinge? Ja, da ist ein Bösling. Da ist noch ein Bösling. Nee, toter Bösling. Das war tatsächlich nur aus Versehen. Und dann, ähm, stirb. So, komm her. Ball. Komm her. Weiter. Weiter, weiter. Dann, lehmel. Natürlich, der lebt wahrscheinlich noch, komm her Nee Und dann halt Oh, ein Schleim, sehr schön Gut, komm her, Ball, Ball, komm her Okay Böslinge, Böslinge, Böslinge Überall Böslinge Ich hasse dich Oh, Pisser Ja gut Ja gut, ja gut Woran hat's gelegen, woran hat's gelegen So, schieben wir Diese Scheußkiste hier mal Wird die jetzt eigentlich auch alt, wenn die Oh, ja Gefällt mir So, jetzt geht da die Tür zu und da auf Aber, weil wir es so praktisch gelegt haben Ach hin Los Explodier Episch Ich würde hier nicht, ich würde hier lügen, wenn ich sagen würde Ich brauche die Hetz nicht, aber ich brauche sie Auch wenn es mich auspowert Er ist auch tot Ich brauche die Hetzne Sehr schön Cool, cool Ähm, Ball Ach, da, Ball Oh, Scheiße Arreck 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 Gut, gehen wir weiter Ein Millimeter hat mal wieder gefehlt Ähm Ich würde mal sagen, wir lassen das jetzt mal hier so schön liegen Äh, ich mache vorher nochmal hier alles auf So Okay Was, was war das jetzt? Ähm, irgendwas Ja, nein Gut Vielleicht was hier drin ist Ah, wieder so ein Schattenkastell Ich würde sagen, wir steigen dann mal um auf den Staubsauger Hier sind so, so ein bisschen Dreck Ne, machen wir mal weg So Oh, an die erinnere ich mich Ich habe gerade keine Ahnung mehr, wie ich die besiegen soll Okay Naja Learning by doing ist gut schon mal, dass ich Bomben habe Ich weiß nicht mehr, brauche ich Bomben für die Ja Keine Ahnung Keine Ahnung So Äh B-b-b-b-b-b Ah Okay Fick Meine Fick Mano Die ist in der Wand Das ist scheiße Oh Warum kann er das verlassen? Das ist außerhalb seiner Lebensspanne Da sieht man sich wieder Herr Fee So, komm her Hallo Danke Geht doch Geht doch Äh Wo musst du jetzt In die Ecke, glaube ich Genau hier in die Ecke So, damit da offen ist Aber ich hier noch durch kann Genau Genau So läuft das So hobbelt der Hase Jetzt geht hier auf Jetzt geht hier auf Sehr schön Ich kann diese wunderbare Kugel jetzt einfach wieder mitnehmen Sehr schön Äh Ja und hier ist jetzt wieder Bzzzzzz Laser Laser Ich weiß wie der wieder geht So, down Stimmt, die waren einfach Vergleichsweise Vergleich die mal mit Hier Hier diese Echsenviecher Warum klappt das nie? Junge Was soll die Scheiße? Boah, stirb halt Öffne halt Tja So ist das Leben Ah, ja, ja, ja Genau, genau, genau Äh Ich würde vorher gerne nochmal gucken Ah, wir sind wieder am Anfang Wir sind wieder am Anfang Oh Genau Da war ja was Ah, ja, jetzt checke ich es Jetzt checke ich das Ich Pack das da rein Ich und meinen Orientierungssinn Und das Maul öffnet sich Der Mundgeruch kommt raus Sehr schön Kann ich gehen oder Kommt Pai nochmal raus Gebieter Ich habe dir etwas zu berichten Durch die Kraft der Kugel der Zeit Hat sich hier etwas verändert Ich empfehle einmal nachzusehen Ich bin Pai Ich bin auch zu was zu gebrauchen Zu was wissen wir leider noch nicht Ja Wir werden dann einmal hier 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 war vorhin zu Aber eine Sache fällt mir noch an Die wir machen können Glaube ich Hier hoch Ich bin jetzt hier hoch Ich bin wichtig Apropos wichtig Ich schätze, das ist alles auch wichtig Wofür weiß ich noch nicht Aber Stimmt Für irgendwas Vielleicht ist der Geld drin Oder Herzteil Oder hast du nicht gesehen Apropos Geld Ich erblicke da Geld Einen wunderschönen Hunderter Den ich einsammeln werde Und haha Was erblicke ich da noch In der Ferne Mehr Geld So Da fliegen wir jetzt Also erstmal geschwindet Mit unserem vollgetunten Käfer Und dann noch den dritten Komm Alles in einem Zug Alles in einem Zug Hier So Da ist leider nix Gut Dann einmal zurück Bitte Das Geld Das Geld Das Geld Das Geld Ich hab grad So ein bisschen Angst Ist, dass wir eventuell Geld Vergeuden würden Wenn wir jetzt uns nicht Noch nach oben Begeben Richtung Es juckt Besser Um zu gucken Ob in der einen Sache nicht vielleicht Doch noch Ein Portemonnaie Drinnen ist Oder so Ich weiß es nicht Irgendwie so um den Dreh Na toll Ich bin nicht der große Kescher Meister Na toll Das eine Herz Ist auch weg Das ist jetzt irgendwie Blöd Würde ich mal Nennen Ja Aber wir haben Das Piratenversteck Jetzt abgeschlossen Das war ein Ja ich würde es mal Erfolgreichen Part In Anführungszeichen Nennen In Anführungszeichen Bitte in Klammern Setzen Danke Ja ich würde an der Stelle Einfach mal sagen Das war es von Diesem Part Ich werde jetzt Offscreen nochmal Hochfliegen Und da werden wir dann Gucken Wegen der Truhe Danke fürs Einschalten Bis zum nächsten Mal Haut rein Und Ciao Ciao